dass ich die map dass ich für die map redwood bin wadis kacke noch heute lukas schuld eindeutig schuld ich muss sich dafür verbrennen weißt du dass du heimlich mein fan bist also nee eigentlich nicht wer geht mit mir baden geht einer mit mir baden dass man alle vier ins wasser springen ist nicht reiniger flammenwerfer vierte welle ist doch diese welle wo man ausrüstung und so zerstört ja alles wasser einer fehlt wieso sind nur zwei hier drin ich bin blind jetzt hier fehlen welche da ist gordon wo ist der rest wo ist das wurde aufgehalten bin ich bin schon da ich bin sneaky sneaky da hinter dir ist einer hinter dir ist einer hab ich doch komm jetzt da versteckt sich auch noch einer was hat die was hat die denn jetzt schon gehört ach so die hat die vr ach keine ahnung wie er ist äh hinter uns die laufen hier drum und würden sich jetzt halt die kühlen die kühlen sind jetzt halt per 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 den sprungs oh gott bin ich scheiße ich stinke so ok oh gott hier sind sie alle naja ich hab hier gerade eingestellt manka guten tag hier spricht die maus nein den dritten konnte ich nicht wieso habt ihr gehört peter lustig ist tot ja das ist nichts mehr lustig trauert du mich ist ein peter auch lustig ein peter war auch mal lustig ein peter bist du der war mal lustig sehr schön der war mal lustig ja der peter lustig der peter ist von deinem peter gesprochen mein peter nein das war mein kill das war mein kill das war mein kill ja super der fest runter oh schon wieder so ein ey was wir ey dieser drecksack man ok der ohne scheiße kommen mit einer pistole ein die man den rückenschießt der die ich bin verwirrt warum sehe ich du kannst mich als freund ja klar ich hab den königsmänner erledigt ich werde jetzt bei game of thrones verewigt weil ich königsmänner bin das ist schon so oft wenn du da nur lang bist pass auf da ist er alter der liegt da das kann doch nicht wahr sein dass du so viele holt ja und da hat sich von hinten gemessert witzig das ist dieses camper volk wisst ihr ja na ist da doch einer ne das war wasser das 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 hat da ja ja ich wurde gemessert ich wieso wieso zweiter aber gehalten hat der dritte jungen zu begeben und die zieht es gesprungen auch das ist das ist Da hat sich das schon wieder nach rechts verzogen, Mann. Oh. Jetzt weiß ich. Die haben alle das Kampfmesser. Hier sind die Gegner. Wir rennen hier alle mit dem Kampfmesser rum. Erwischt. 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 Alter, wie ich den Lauf habe. Erwischt. Oh Gott, ich hab das benutzt. Nein, dieser Drecksmesser-Bastard, ich hasse ihn. Ich hab geschützt, wo soll ich das hinstellen? Jungs. Ich weiß, wo ich das hinstelle. Ey. Egal, wo ich gerade aufbaue oder aufmachen will irgendwas, ich sterbe eh. Oh, ich muss erstmal da hinkommen. Komm her. Scheiße. Äh, ja, ich bin an einem Ort, wo ich es hinstellen möchte. Ich weiß nicht, die Hure. Ihr müsst es beschützen, hier genau. Ich stell's hier oben hin. Hier. Jo, jetzt ist es online. Wir müssen es beschützen. Nimm du das Fenster, ich nehme den kleinen Eingang. Ach. Der ist jetzt auch da. Jo, hab ich. Kann nicht sein, dass der Kumpel von mir gemessert wird. Komm wieder von hinten. Ey, diese Bastard, die sind bei den Bäumen. Den meisten. Oh, da wurde schon wieder einer von mir getötet. Und? Ich bin nichts Mörder. Ich bin nichts Boot. Bist du mein Geschütz noch da? Ja, ja, die wollen das unbedingt haben, deswegen... Ja, ja, da kommt einer rein. Ah, Triple, oh Gott. In den Raum des Geschützes, oder? Ja. Der Schütz steht noch, wird mir noch angezeigt. Nein, oh, diese Shotgun. Scheiße. Oh, das war so richtig schön. Oh, sie haben zerstört, schade. Dieser, ich hasse es, man. Die rennen immer mit, mit dem Messer um die Ecke, man. Das geht gar nicht mal. Ja, doch. Mit dem normalen Messer. Kein Mann. Das geht gar nicht mal. Voll uncool. Echt, was denn? Echt, was denn? Das, was die auch wieder fahren ist. Oh! Alter! Alter! Alter, wer... Ei, das ist der Ripper, der seht euch! Okay, jetzt hab ich's auch gemerkt. So passt halt, der nur zuhaut. Aber war... coole Runde. Ey, das kann ja echt nicht sein, dass ich Shotgun mich jedes Mal beim ersten Schuss legt. Hm. Weil, würde ich sagen. Erwischt. Und ich sterbe von der Granate, obwohl der... Ja. Nice. Scheiße, da war nur einer. Ich hätt's doch besser absichern sollen. Wer stirbt als letztes... Letztes und letztes. Ich diesmal nicht. So, bist du schon tot? Ich auch nicht. Nein. Nein! Okay, stimmt gar keiner. Feindlicher Hellstorm über uns. Oh Gott, Hellstorm. Rein ins Host. Achtung! Feindlicher Dart unterwegs. Ohohohoho. Stimmt grad keiner von uns. LOL! Lass dich einer hingelegen. Wurde, wo die alle sind, scheiße! Scheiße, ich muss weg hier! Jetzt. Ich hätte gerettet! Ich hätte gerettet! Nein! Bist du nicht? Ich hab auch genau gesehen wie er stirbt Ich hab auch genau gesehen wie er stirbt Wer ist das? Wer ist das? Hattest du gesehen, weil er grad hinten das hinter dem Baum rein ist? Genau links davon, genau links bin ich da hinten, mann Echt? Ich bin rechts, ich bin grad hinter dem Baum gesleidet Schalt ihr kacke ab, meh Oh mein Gott